Herzlich Willkommen zum heutigen Thema. Export aus dem Design Center. Begeben Sie sich ins Design Center. Stellen Sie den Befehl Mehrfachauswahl ein und markieren Sie mit gedrückter STAG-Taste die Elemente oder Objekte, die Sie exportieren möchten. Wählen Sie anschließend Exportieren. Nun speichern Sie die Dateien ab. Danke für Ihr Interesse und gutes Gelingen. Ihr ITC Team